Hallo und herzlich willkommen bei Krimi Puzzle und einem neuen Video zum Fall von Andreas Leitner und Max Baumgartner, den beiden Jungs, die in Oberösterreich im Jahr 2015 spurlos verschwunden sind. Nachdem ich euch den Fall im letzten Video vorgestellt hatte, geht es heute um die offenen Punkte und um die möglichen Theorien, was mit den beiden geschehen sein könnte. Viel Spaß und ich bin gespannt auf eure Theorien, was passiert ist. Frage Nummer 1. Was sagten die zwei Freunde bzw. die Freundinnen, mit denen sie telefonierten? Die zwei Freunde, mit denen sie an dem Abend Karten spielten, wurden natürlich befragt. Einer kam auch in einem Beitrag bei Aktenzeichen XY vor und sagte, dass sie einfach einen guten Abend hatten, ein paar Bier tranken und Karten spielten und einfach eine witzige Runde zusammen hatten und eine gute Zeit. Hier stellte ich mir die Frage, ob Andreas und Max noch über weitere Pläne für den Abend sprachen oder ob sie die anderen beiden Jungs eventuell auch gefragt hatten, ob sie noch weiter bleiben wollten oder noch mitfahren wollten nach Linz oder nach Tschechien oder irgendwo sonst hin zum Feiern. Oder ob vielleicht Andreas oder Max irgendetwas an dem Abend gesagt hatte, was man vielleicht gar nicht in dem Augenblick wahrnahm, aber jetzt rückblickend vielleicht als Hinweis sah, dass sie zum Beispiel sagten, oh, wir hatten keine Zigaretten mehr, wir können mal wieder nach Tschechien rüberfahren oder dass sie noch unbedingt feiern wollten oder irgendetwas in der Art. Vielleicht gab es ja Andeutungen. Das Gleiche natürlich bei der Freundin am Telefon, die er ablehnte, noch vorbeizukommen oder feiern wollte. Vielleicht wurde ihr ja auch Pläne vorgeschlagen, konkrete für eine Party noch in Linz, in der Umgebung oder gar in Tschechien. Ich denke mal, die Polizei hat natürlich beide Seiten, das heißt die Freundin und die beiden Kumpels gefragt. Und ich glaube nicht, dass es hier noch etwas, ja, Informationen zu holen gibt. Aber ich glaube natürlich, dass hier auch nicht alles öffentlich ist. Das heißt, man bekam ja jetzt nicht die kompletten Aussagen der Freundin oder der Kumpels präsentiert. Frage 2 Was waren Ihre Pläne, nachdem Sie bei der gemeinsamen Freundin angerufen hatten? Sie waren vielleicht etwas geknickt, das die Freundin abgesagt hatte und sie nicht vorbeikommen wollte. Danach riefen Sie ja noch das Taxi an, eine Stunde später. Was überlegten Sie sich in dieser Stunde, das heißt zwischen 1 und 2 Uhr, zwischen dem Anruf bei der Freundin und dem Anruf beim Taxiunternehmen? Was hatten Sie geplant? Wollten Sie eigentlich erst weiter bei Max bleiben? Hatten noch ein paar Bier getrunken und hatten dann doch noch Lust wegzugehen? Wollten Sie feiern gehen in Linz, in der nächstgrößeren Stadt, wo Sie, habe ich gelesen, auch häufiger anscheinend feiern waren? Oder wollten Sie wirklich nach Tschechien fahren und dort in ein Casino gehen, in eine Bar oder gar in ein Bordell oder etwas kaufen? Das heißt, gerade Drogen oder zumindest Zigaretten, da Sie dort billiger waren? Ich weiß es nicht. Hier ist natürlich der entscheidende Punkt, was hatten Sie wirklich vor? Nachdem Sie leider nicht beim Taxiunternehmen durchgekommen sind, wissen wir es natürlich nicht, weil es nur die beiden wissen könnten. Deswegen natürlich auch die Frage vorher, ob die Freundin irgendetwas wusste, ob sie schon Pläne verraten hatten, aber anscheinend ja nicht. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Frage 3. Waren Andreas und Max wirklich jemals in Visibrod bzw. in Tschechien in der Nacht? Hier gibt es Punkte, die dafür und Punkte, die dagegen sprechen. Dafür spricht natürlich die Aufnahme der Verkehrskamera, die das Auto von Max aufnahm, als es die Ausfahrt nach Tschechien nahm. Dafür spricht ebenfalls der Zeuge, der die beiden jungen Männer gesehen haben mag und auch das Auto von Max und sich ziemlich sicher war, dass sich die beiden in einem Mühlviertler-Dialekt unterhielten. Also hier spricht schon sehr viel, dass es sich dabei um die beiden handelte. Was dagegen spricht, ist, was auch in vielen Foren diskutiert wurde, dass die Zeitangabe hierbei nicht passt, des Zeugen. Er sagte, er hätte die beiden um circa 2 Uhr gesehen, 2 Uhr in der Nacht gesehen. Der Anruf beim Taxiunternehmen ging aber erst auch um 2 Uhr ein. Und das Foto bei der Ausfahrt nach Tschechien wurde erst um 2.30 Uhr gemacht. Das heißt, die beiden konnten noch gar nicht um 2 Uhr in Visibot sein, eher wahrscheinlich gegen 2.45 Uhr oder 3 Uhr. Es kann natürlich auch sein, dass der Zeuge nicht mehr die Zeit genau wusste und nur eine ungefähre Zeitangabe brachte. Schwierig. Was außerdem dagegen spricht, ist das Signal vom Handy von Max, das ja in einem Funkmast in Österreich eingegangen ist, drei Tage später. Das spricht natürlich auch dafür, dass die beiden vielleicht gar nicht bis nach Tschechien gefahren sind oder sogar wieder zurückgefahren sind. Man weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist, dazu komme ich später auch noch, dieses Funksignal vielleicht auch nicht immer ganz genau. Das heißt, diesen Punkt würde ich nicht überbewerten. Frage 4. Waren die beiden häufiger in Tschechien oder gar in Visibot unterwegs? Wenn dann, für was? Die beiden kamen ja aus zwei Orten in der Nähe der Grenze. Das heißt, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie häufiger in Tschechien unterwegs waren. Sei es, um günstige Zigaretten zu kaufen, um günstig zu tanken, um auch mal feiern zu gehen in einer Bar, in einem Club, vielleicht auch mal im Casino vorbeizuschauen oder gar ins Bordell zu gehen. Das kommt natürlich darauf an, ob sie die Typen dafür waren. Vielleicht haben sie sich auch andere Substanzen dort besorgt oder man weiß es nicht, haben dort Urlaub gemacht. Schwierig zu sagen. Aber es wäre schon interessant zu wissen, ob sie dort häufiger auch gerade abends unterwegs waren. Das heißt, ob es was Außergewöhnliches war, dass sie in die Gegend gefahren sind. Oder ob dies tatsächlich relativ regelmäßig vorkam. Das heißt, hier könnten natürlich die Familie, Bekannten, vor allem auch die Kumpels Angaben geben. Ob dies ungewöhnlich ist, dass sie nachts um die Uhrzeit nach Tschechien gefahren sind oder eben nicht. Frage 5. Warum ließ Andreas sein Handy bei Max zurück? Eine möglicherweise kleine, aber entscheidende Frage, wie ich finde. Das heißt, hier stellt sich für mich die Frage, vergaß er das Handy einfach? Das heißt, spielt natürlich auch eine Rolle, wie Andreas so mit seinem Handy umgegangen ist. Hatte er es sonst immer bei sich am Mann, konnte nie ohne sein Handy das Haus verlassen? Oder war ihm das Handy gar nicht so wichtig? Ich würde dennoch sagen, dass er das Handy dagelassen hatte, spricht eher dafür, dass sie keine lange Tour geplant hatten. Das heißt, dass sie nur kurz mal wegfahren wollten. Ich denke, wenn sie geplant hätten, dass sie länger weg sein wollten oder gar feiern wollten bis in die frühen Morgenstunden, hätte er sicherlich sein Handy auch mitgenommen. Vielleicht hatte er es aber auch, nachdem sie auch relativ angetrunken waren, einfach dort vergessen. Unabhängig, was sie vorhatten. Dennoch glaube ich, dass dies ein kleiner Hinweis dafür sein könnte, dass sie nur kurz mal weg wollten. Vielleicht Zigaretten kaufen oder nur kurz mal irgendwo vorbeischauen wollten. Frage 6. Was hat es mit dem Mobilfunksignal im Funkmast in Wallschlag auf sich? Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele, auch die Ermittler oder generell auch viele Internetdetektive, hier einen wichtigen Punkt sehen. Dieser Anruf ging ja drei Tage später in dem Funkmast in Wallschlag, in der Nähe von Zwettel an der Rodel, des Wohnortes Bayern von Max ein. Was wichtig zu wissen ist, dass das Handy nicht nur eingeschaltet werden musste, beziehungsweise eingeschaltet werden musste, es musste auch der PIN eingegeben sein. Das heißt, hier stellt sich natürlich die Frage, waren die beiden zu dem Zeitpunkt am Leben oder vielleicht verletzt nach einem Unfall oder wurde das Handy ihnen gestohlen? Das heißt, gab es einen Raub, wurde es ihnen abgenommen, weil etwas anderes mit ihnen angestellt wurde? Hier gibt es so viele Theorien, auf die ich ja gleich noch kommen würde. Aber das Signal an sich ist meiner Meinung nach, nachdem wir hier von einer relativ kleinen Gegend sprechen, nicht genau genug. Da es zu diesem Zeitpunkt auch noch die Roaming-Gebühren gab, könnte man vermuten, dass sich das Handy von Max bevorzugt in das Netz von Österreich eingeloggt hat. Das heißt, auch wenn sie sich auf der Seite von Tschechien befanden. Also meiner Meinung nach kann man nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie sich weder in Tschechien noch in Österreich befanden. Da die Region einfach, wie gesagt, sehr, sehr nah beieinander liegt und alles grenznah sich abspielt. Das heißt, man muss meiner Einsicht nach auf beiden Seiten der Grenze suchen. Kommen wir nun zu den verschiedenen Theorien in diesem Fall. Die erste Theorie ist die Unfalltheorie. Das heißt, es wurde ja bestätigt von den Kumpels, dass sie eine Gebiere getrunken hatten zusammen. Und man kann sich auch gut vorstellen, dass Max und Andreas auch weiter noch eine Gebiere öffneten, nachdem die Freunde bereits gegangen waren. Vielleicht waren sie auch enttäuscht, dass die Freunde nicht mehr vorbeikamen und dass sie auch kein Taxi bekamen. Das heißt, vielleicht wollten sie trotzdem unbedingt weg und den Abend noch irgendwie retten, aber sie wussten nicht, was sie machen sollten. Das heißt, dass sie sich vielleicht doch unvernünftigerweise auch betrunken ins Auto saßen, setzten und dann irgendwie von der Straße abgekommen sind und im Wald gelandet sind oder in einem See oder wie auch immer. Das ist eine der häufigen Theorien. Das ist natürlich die Frage, wie betrunken gerade Max, der ja dann der Fahrer offensichtlich war, wirklich war. Aber es kann man natürlich auch nur schwer feststellen, wie viel Max wirklich getrunken hatte. Ich meine, man hatte ja die Bierflaschen auf dem Tisch gefunden. Allerdings waren das ja die Bierflaschen wahrscheinlich von allen Leuten, das heißt von allen vier. Also schwer festzustellen, wie betrunken die beiden Jungs dann wirklich waren. Aber ich denke, es reicht auf jeden Fall, um nachts dann abgelenkt zu sein, um von der Straße zu kommen. Zumal sie sich ja schon betrunken dann hinters Steuer gesetzt hatten, was ja auch schon, ja, was man ja wahrscheinlich auch nur macht, wenn man dementsprechend viel getrunken hat, dass man das dann gar nicht mehr wahrnimmt als Gefahr vielleicht. Eine weitere Theorie, die ich in einigen Kommentaren gelesen hatte, bei anderen YouTube-Videos oder auch, ja, in speziellen Foren, ist die Theorie des Suizids. Diese Theorie halte ich aber für sehr, sehr unwahrscheinlich. Bei einer Person hätte ich es mir gut vorstellen können, dass hier irgendetwas, ja, vorgefallen ist. Ich meine, die Familie sagt zwar, es gab keinen Grund für ein freiwilliges Verschwinden und damit natürlich auch nicht für einen Suizid. Aber man weiß es natürlich nie und die Familie, die engsten Bekannten, sehen das natürlich auch immer aus ihrer eigenen Perspektive. Aber dass gleich zwei Personen gleichzeitig ein Suizid begehen würden aus unbekannten Gründen, kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, diese Theorie wollte ich mit aufnehmen zur Vollständigkeit, aber sehe ich als sehr unwahrscheinlich an. Die dritte Theorie ist die Theorie des freiwilligen Verschwindens der beiden. Was ich schon erwähnt hatte, ist, dass Familie und Bekannte hier aber nicht wirklich daran glaubten. Die beiden hatten auch wenig Geld dabei, angeblich ungefähr 200 Euro. Es gab auch keine Kontobewegungen im Anschluss. Das heißt, sie hatten auch, egal wo sie sich befanden, auch kein Geld mehr von ihren Konten abgehoben. Sie hatten auch nicht ihre Reisepässe dabei, wobei man hier sagen muss, dass man die natürlich in der EU nicht braucht. Außerdem waren beide sehr, sehr heimatverbunden. Das heißt, sie waren auch ansonsten nicht wirklich die Typen, die groß rumgereist sind in der kompletten Welt oder auch nicht in Europa. Sie waren außerdem nicht nur sehr, sehr heimatverbunden, sondern auch sehr verbunden mit ihrer Familie. Also es spricht nichts dafür, dass sie dann einfach alles kappen und verschwinden und sich ein neues Leben aufbauen. Es gab auch dann die verrückte Theorie, meiner Meinung nach, dass die beiden zusammen waren. Das heißt, dass sie homosexuell waren und deswegen abgehauen sind. Aber ich sehe es nicht als verrückt an, dass es das nicht sein kann, sondern eher, da hätten sie das Ganze besser vorbereitet. Das heißt, hätten mehr Geld dabei gehabt. Es hätte dann doch vielleicht Kontobewegungen gegeben oder ich glaube, sie hätten das schon besser vorbereitet. Das glaube ich schon. Und es gab auch die, sage ich mal, die Bestätigung, dass die beiden definitiv an Frauen interessiert waren. Also halte ich das auch eher abwegig. Kommen wir nun zur vierten und definitiv größten Theorie, der Theorie des Verbrechens. Hier habe ich in mehreren Kommentarspalten bzw. auch in Foren gelesen, dass es eine interessante Theorie gab. Und zwar, dass es zwischen den beiden Jungs einen Streit gab. Entweder in der Wohnung noch von Max oder auf dem Weg irgendwo hin, wo sie irgendwo hingefahren sind. Und dass es da, wie gesagt, zum Streit kam und der eine hatte den anderen verletzt oder gar aus Versehen vielleicht auch umgebracht. Und dann hätte der Täter sozusagen seinen Freund entsorgt oder irgendwo abgelegt und es dann abgehauen aus Schuldbewusstsein oder hat sich dann vielleicht auch selber umgebracht. Glaube ich nicht, weil dann, also wenn er sich dann nicht selber umgebracht hätte, wäre diese Person, glaube ich, wieder zurückgekehrt. Da die beiden unglaublich familienorientiert und auch sehr heimatverbunden waren, wie ich bereits erwähnt hatte, glaube ich nicht, dass sie trotz dieser schrecklichen Tat nicht zurückgekehrt werden. Natürlich kann es sein, dass es passiert ist und dass sich dann die andere Person, das heißt der Täter, umgebracht hat. Möglich. Ich halte es aber trotzdem für sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es meiner Meinung nach noch den entscheidenden und wichtigen Punkt, die Frage, wenn ein Verbrechen vorlag, hat sich das wirklich in Tschechien abgespielt oder doch noch oder wieder in Österreich? Das heißt, es kann ja auch sein, dass sie in Tschechien waren und wieder zurückgefahren sind nach Österreich. Man sieht ja auch nicht auf der Verkehrskamera, das heißt auf dem Bild, das von Max' Auto aufgenommen wurde, wer das Auto fuhr bzw. wer im Auto saß, ob die beiden wirklich drin waren. Es kann ja auch sein, dass ihnen das Auto vorher schon abgenommen wurde, das heißt, es gab einen Überfall und dann wurde das Auto erst nach Tschechien gelenkt. Man weiß es nicht. Vielleicht wollten die beiden ja auch nur zu einer Tankstelle in der Gegend fahren und sich neue Zigaretten oder Biere holen und wurden dann überfallen. Und wurden im Wald ausgesetzt oder wurden schwer verletzt oder wurden wirklich umgebracht. Und dann wurde das Auto nach Tschechien gefahren. Hiergegen spricht natürlich der Zeuge in Visibod, der ja nicht nur das Auto angeblich gesehen hatte, sondern auch zwei junge Männer im Mühlfettler-Dialekt hat reden hören. Auf der anderen Seite konnte er auch nicht sicher bestätigen, dass es sich hier bei Max und Andreas handelt. Das heißt, ich gehe auf der einen Seite schon davon aus, dass sie in Tschechien waren und wahrscheinlich auch in Visibod waren, aber man weiß ja nicht, ob direkt dort was passiert ist. Vielleicht sind sie auch wieder zurückgefahren und da ist erst etwas passiert, sei es ein Unfall oder wirklich ein Verbrechen. Wenn man der Verbrechenstheorie anhängt und daran glaubt, gibt es natürlich sehr viele Spekulationen darüber, dass es Probleme in Visibod gab. Hier habe ich viel darüber gelesen, in Foren, unter Videos, die Kommentare auch von Leuten aus der Region, dass diese Art tatsächlich bekannt ist für kriminelle Machenschaften, das heißt Drogen, Casinos, Bordelle, Handel von anderen illegalen Substanzen oder Waffen oder alles Mögliche und dass eben auch die vietnamesische Mafia da ihre Strukturen aufgebaut hat und dort sehr präsent ist. Das heißt, es kann natürlich sein, dass sie hier dorthin gefahren sind und vielleicht eventuell sich nur Zigaretten kaufen wollten oder mal ins Casino wollten. Sie hatten aber nur ca. 200 Euro dabei und hatten aber mehr Schulden gemacht und konnten es vielleicht auch nicht einschätzen, da sie ja betrunken waren und hatten dann vielleicht mehrere hundert Euro Schulden und konnten dies nicht begleichen und wurden deswegen verletzt oder gar umgebracht und dann wurde das Auto entwendet oder gar auch entsorgt. Das ist natürlich die Theorie, die am meisten in diesem Fall vorhanden ist. Dann gibt es auch noch die Theorie, habe ich auch mehrmals gelesen, dass es sich um Organhandel handelt, das heißt, dass die beiden überfallen worden sind und ihnen die Organe eventuell entnommen wurden und so weiter. Ich meine, die Theorie, ähnlich wie im Fall von Lars Mittag, gibt es relativ oft, wenn es sich um Fälle aus Osteuropa handelt. Ich will nicht sagen, dass es dies überhaupt nicht gibt, aber meiner Meinung nach trotzdem unrealistisch. Man denkt hier, glaube ich, immer sehr stark in Vorurteilen. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es das definitiv nicht gibt, aber dass dies in diesem Fall Zutre trifft, glaube ich, eher nicht. Ich habe aber außerdem auch noch Berichte gelesen, dass weitere Österreicher in der Gegend verschwunden sind, die im ähnlichen Alter waren, die sich da auch nachts aufgehalten hatten. Das heißt, die spricht natürlich eher schon wieder für ein Verbrechen, sei es jetzt tatsächlich wegen Organhandel oder, wie gesagt, weil sie ihre Schulden nicht begleichen konnten oder sonstige Probleme. Ich glaube schon, dass die Gegend schwierig ist und dass es hier definitiv möglich ist, dass hier Männer verletzt werden oder gar Schlimmeres passiert. Was denke ich, was passiert ist? Ich möchte auch in diesem Video wie in den anderen Videos bisher eine kurze Einschätzung geben, was ich glaube, was so meine Einschätzung ist. Es ist natürlich nur reine Spekulation und meine persönliche Einschätzung. Ich würde sagen, dass die beiden, wie ja berichtet wurde, eine gute Zeit hatten, einige Biere getrunken hatten und nicht wollten, dass der Abend schon zu Ende ging und sie wurden erst mal enttäuscht, dass die Freunde nicht vorbeikamen und sie auch kein Taxi bekamen, aber sie wollten einfach noch weiter feiern und eine gute Zeit haben. Dann haben sie sich vielleicht gedacht, okay, wir brauchen eh noch neue Zigaretten vielleicht und neues Bier, wieso fahren wir da nicht einfach rüber nach Tschechien und haben dann eine gute Zeit, kaufen uns ein paar Bier und Zigaretten und weiß nicht, vielleicht wollten sie ja tatsächlich noch mal kurz ins Casino schauen oder dort in eine Bar gehen. Weiß nicht, ich meine, sie hatten ja nur 200 Euro dabei, das heißt, zu viel geplant haben konnten sie wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie vielleicht mehr mitgenommen. Aber es ist ja auch nicht bekannt, ob sie noch ihre EC oder Kreditkarten dabei hatten. Das heißt, es muss ja nicht alles mit Bargeld bezahlt werden. Das glaube ich. Ein Unfall ist möglich. Ich weiß halt nicht, ob man sie da nicht schon gefunden hätte. Das heißt, oder zumindest das Auto oder irgendwelche Spuren, dass sie von der Straße abgekommen sind. Ich meine, dann hätten sie ja schon wirklich tief im Wald landen müssen oder man hätte doch irgendwelche Spuren gesehen, auch wenn sie dann abgekommen sind, dass sie in einen See gefahren sind, dass sie erst mal durch die Gebüsche durchgefahren werden und da einiges umgewalzt hätten. Ich glaube tatsächlich daran, dass sie in Visibrod waren und dass sie dort an die falschen Leute geraten sind, zur falschen Zeit, am falschen Ort waren. Es handelt sich aber, glaube ich, auch nicht um Organhandel oder irgendetwas anderes, sondern wirklich um einen Streit, der ausgebrochen ist. Das heißt, dass die beiden vielleicht wirklich zu wenig Geld hatten oder es nicht bezahlen konnten oder auch nicht wollten. Das heißt, sei es im Casino oder vielleicht waren sie ja wirklich mal in einem Bordell oder irgendwo anders und konnten die Rechnung nicht begleichen und haben die Inhaber verärgert und die wollten ihnen vielleicht auch nur eine kleine Abreibung verpassen und haben sie dann aus Versehen vielleicht schwerer verletzt, als sie eigentlich wollten. Und dann kamen sie nicht mehr raus aus der Nummer und konnten sie nicht mehr gehen lassen und wollten es unbedingt vertuschen. Das wäre jetzt meine Theorie. Weil ich denke mir natürlich auch, dass die ganzen Organisationen dort, sei es jetzt die Bars, die Bordelle, die Casinos, die sind natürlich oder auch die Märkte sind natürlich auch nicht darauf aus, dass österreichische Touristen, sage ich jetzt mal in dem Fall, abgeschreckt werden. Das heißt, dass da dauernd Leute verschwinden oder komische Sachen passieren. Also sie sind natürlich auch auf die Kundschaft aus Österreich sehr, sehr angewiesen. Das heißt, sie wollen natürlich auch nicht zu abschreckend wirken, dass keiner mehr kommt. Weil ich meine, die Leute bringen ja auch das Geld in die verschiedenen Läden. Also sehr, sehr schwierig. Aber ich vermute mal wirklich ein Verbrechen. Also ich schließe ein freiwilliges Verschwinden sehr, sehr sicher auch aus, auch ein Suizid. Ich glaube auch nicht, dass es dann einen Streit gab und der einen in den anderen umbrachte. Ich glaube wirklich, sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort und wurden dann verletzt, schwer verletzt, vielleicht auch dann ausgesetzt im Wald und sind dann verstorben. Oder ich weiß es nicht. Daran glaube ich leider wirklich. Was glaubt ihr denn, was passiert ist? Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu meinen offenen Punkten und zu meinen Theorien sagt beziehungsweise auch, was eure Punkte sind. Ich finde, das ist genau der spannende Punkt an dem ganzen True Crime Format, dass man darüber diskutiert und offene Punkte anspricht und eben spekuliert zusammen und vielleicht auch auf neue Ansätze kommt. Und wie schon in den anderen Videos bisher erwähnt, wenn ihr dazu Hinweise habt, ich meine, dieser Fall ist ja jetzt auch nicht weit entfernt von Deutschland beziehungsweise vielleicht hören mich ja auch Leute aus Österreich. Wenn ihr wirklich was weißt, wendet euch an die Polizei. Auch ein kleiner Hinweis kann schon zu einem Durchbruch führen und es wäre wirklich immens wichtig, diesen Fall aufzuklären. Da die Familien immer noch leiden und einfach Gewissheit haben möchten, was passiert ist mit den beiden Jungs. Und ich finde diesen Fall persönlich sehr, ja, er hat mich schon sehr beschäftigt, da ich ja auch nicht viel älter bin als die beiden. Und zu dem Tatzeitpunkt war ich ungefähr gleich alt. Und das kennt, glaube ich, jeder, dass er einen guten Abend hatte mit seinen Kumpels und ein paar Bier getrunken hat und dann vielleicht auf dumme Ideen kommt und dass es dann wirklich so ausgehen kann, dass man gar nicht mehr auftaucht, dass die Familie dann nach einem sucht und man spules verschwunden ist. Und das vielleicht nur, weil man betrunken eine falsche Entscheidung traf. Das ist Wahnsinn und wirklich richtig frustrierend. Wahnsinn. Also, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst mir ein paar Kommentare und Spekulationen von eurer Seite da und vielleicht auch ein Abo. Es wird jede Woche einen neuen Fall geben. Das heißt, eine neue Fallbeschreibung und ein Video zu den offenen Punkten und zu den Theorien. Ich freue mich über euer Feedback und wünsche euch noch eine gute Zeit, einen guten Tag oder einen guten Abend oder auch eine gute Nacht. Und ja, bleibt sicher und bis bald hier bei Krimi Puzzle.